Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Juni hier und herzlich willkommen zum sechsten Resident Evil 7 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute die letzte Folge, die ich vorproduzieren muss, Alter, bevor es nach London geht. Ich bin so froh darüber. Wir müssen nur noch diese Folge überstehen. Die letzte Folge habe ich ja fast wieder eine halbe Stunde gehalten, das war ein bisschen überzogen. Deshalb gucke ich mal heute, dass wir nicht so lange machen, Alter. Weil ich habe euch ehrlich gesagt einfach nur Schiss, man. Das ist einfach Fakt. Und ja, letztes Mal haben wir uns hier dieses nette Filmchen angeguckt, was wir von der Mia hier bekommen haben als Nachricht. Das haben wir hier angeschaut, das lag hier. Haben wir uns dann reingezogen in der letzten Folge, das war auch richtig krank, ey, wo die Mutter da noch kam und uns gejagt hat, Alter. Hör mir auf, ey. Und ja, wir haben auf jeden Fall hier, wenn wir Dreieck drücken, können wir unsere Aufgaben sehen. Den Eingang zum Verarbeitungsbereich finden. Also man kann hier immer mit diesem Codec quasi sehen, was man machen muss. Das ist das Gute, den Eingang zum Verarbeitungsbereich finden. Was für ein Verarbeitungsbereich. Die drei Hundeköpfe, zwei haben wir davon und die Schrotflinte haben wir noch nicht. Und jetzt müssen wir hier weitermachen. Also den Raum haben wir in der letzten Folge, glaube ich, komplett abgesucht. Nur das Ding ist, es hat noch nicht gespeichert, Leute. Ich habe jetzt, wie gesagt, alles hier bin ich gerade am Stück am Aufnehmen. Alter, da geht's. Oh mein Gott. Ach genau, letztes Mal kam da noch die Mutter von unten. Mutter kam. Die Mutter. Ach Gott, ey. Okay. Digga, dieses Haus ist so riesig. Es ist so riesig, Alter. Schokolade ist da. Oh, Kraut haben wir. Krautsalat. Digga, was ist das? Ah, okay. Hallo. Kann man sich das nicht angucken? Warte mal. Ah, hier geht's. Ah, das ist die kaputte Treppe da, ne? Genau. Was haben wir hier? Sie haben nicht genug Platz, okay. Vielleicht können wir ja noch irgendwas kombinieren. Ne, wir haben keinen Platz mehr. Okay, wir müssen dann auf jeden Fall gleich versuchen, irgendwas im Raum abzustoßen. Also, hier kommen wir dann zu dem anderen Raum zurück. Wir müssen uns mal einen kleinen Überblick hier verschaffen. Wo soll ich das denn aufkriegen? Na, die Dinger hab ich... Stefan, ich stehe da hinten die Mutter und komme auf uns zu, gerade. Ich muss weinen. War da gerade nicht ein Schatten? Warte mal. Guck mal nochmal hier. Und jetzt nach rechts. Ne. Ich bilde mir wieder Sachen ein. Also, warte mal. Wir müssen alles Schritt für Schritt uns hier anschauen. Ich will mich erstmal ein bisschen bekannt machen mit dem Haus hier, Alter. Beziehungsweise mit dem oberen Gestock hier, bevor wir weitermachen. Ich höre mal so ein Windgeräusch. Ist die Mutter eigentlich noch da? Nee, sie ist nicht mehr da. Sie ist nicht mehr da. Okay, wenn wir hier rausgehen. Links war ja die Oma hier am Sitzen. Okay, dann geht's hier weiter. Footballhelm. Vielleicht ist das Hobby des Vaters. Ist da ein Hinweis drin? Ein Hinweis, ein Hinweis! Ja, der ist auch so stark wie ein Football-Spiel. Oh. Was war das? Auf nach Asgaban. Digga, Alter. Das Haus ist und bleibt ein Red. Türen. Okay. Ah, es gibt gar nicht mehr viele Türen. Es gibt nur noch diese Tür hier, sonst haben wir alle Türen. Okay. Da waren wir ja, da waren wir auch. Okay, wir müssen dann hier rein. Oh Gott. Erstmal vorsichtig gucken. Okay, speichert oben links. Das ist schon mal sehr gut. Pistolenmunition ist sehr gut. Was haben wir noch hier so? Antike Münze. Bah, Alter. Die ganzen Fliegen. Wie entstehen überhaupt diese Fliegen, Alter? Locker ist denn auch so irgendwelche Zombies oder was? Weiß ich was. Was haben wir hier noch? Da ist noch eine Schublade. Haben wir die schon geöffnet? Ich weiß es gar nicht. Die Dusche. Boah, eine schöne Regendusche, Leute, Alter. Findet ihr nicht? Wenn die funktionieren würde, solche Duschen, die liebe ich, Alter. Da kommt so schön alles hintereinander raus. Was ist das denn hier für eine Pfütze, Alter? Ach, Alter. Das ist irgendwie so Schleim. Das sieht aus wie Venom von Spider-Man, Alter. Ah, hier können wir irgendwas machen. Ah, wir lassen das Wasser ab. Wir lassen das Wasser ab. Sie haben nicht genug Platz. Holzstatue. Scheiße. Und die brauche ich doch. Ich glaube, das ist... Das könnte dieses Objekt sein. Womit wir dann... Wisst ihr... Damit können wir dann, glaube ich, unten dieses Schattenspiel machen. Aus der letzten Folge, oder? Muss es ja. Das muss ja das sein. Ähm. Warte mal. Können wir vielleicht irgendwas... Ah, ich habe jetzt keinen Bock, komplett zurückzugehen zu dem scheiß... Dings da, Alter. Zu diesem Raum. Wisst ihr, wie ich meine? Habe ich überhaupt keinen Bock. Deshalb irgendwas muss man hier abstoßen, ey. Oder benutzen. Und sagen, das können wir benutzen, Alter. Ja, komm, mach mal einfach drauf. Ist scheißegal, Alter. Ohne Witz. Da verliere ich lieber ein Leben, anstatt jetzt mit dem ganzen Umweg hier zu machen. Perfekt. So. Ein abscheuchlicher Haufen. Von wer... Von wer weiß... Hä? Ja. Von wer weiß was. Ach so. Okay, ich verstehe. Okay, ich denke mal schon, dass das die Statue sein wird, die wir jetzt dann unten zurückbringen müssen. Haben wir hier noch was? Ne, hier haben wir nichts mehr. Da muss ja das sein, Alter. Auf jeden Fall. Oha. Oha. Hörige Sachen nicht. Ganz oder besser, als es rauszubeißen. Oha. Alter, ich verstehe uns auch noch, Alter. Meine Kleine hat uns eine Gabe gegeben. Eine Gabe? Wie du sehen kannst, ist die Familie nur ein Teil ihrer Gaben. Ah. Digga, ich muss hier weg. Oha, wie schnell hat der mich denn? In der Scheiße steckst. Digga, halt die Fresse und verpiss dich. Digga, wir müssen schnell weg. Oh mein Gott. Verpiss dich. Wo ist der? Wo ist der? Ist der direkt hinter mir immer noch? Wo ist der? Digga, ich muss hier das Schattenspiel machen, Alter. Es muss dafür sein, diese Scheiße. Holzstatue. Sie muss dafür sein. Ich komme, sagt er. Digga, vielleicht müssen wir uns jetzt einfach beeilen. Es muss das sein. Wo ist die Scheiße? Ja. Super. Was ist das denn? Das passt doch niemals da drauf. Wenn das ein Adler ergibt, dann fress ich im Besen. Mit viel Fantasie. Oder? Oder? Warte mal. Ey, jetzt fängt wieder die Scheiße an. Ey, Mann. Das hatte ich schon in der letzten Folge auch. Okay, hört mal hin, Leute. Hört genau hin. Nicht, dass der gleich kommt und uns überrascht. Wenn wir jetzt sterben, wäre das so mies. Ey, das kann... Das muss der Adler sein. Da? Jawohl, Alter. Man muss es nicht mal eins zu eins perfekt machen. Es war der Adler. Jetzt bloß aufpassen, dass dieser Pisser nicht da ist, ey. Boah. Aber vorher sollten wir eigentlich mal... Baut diesen Mist. Ey, manchmal hat der sich an, wie gesagt, wie Sankoko aus Dragon Ball. Kommt der da? Wir waren ja überall gewesen. Es kann nirgends so weitergehen. Was sollen wir doch mal speichern vorher? Ich weiß es nicht, Leute, ey. Weil nicht, dass wir sterben. Einmal Familie, immer Familie. Egal, Alter. Ich gehe jetzt schnell speichern, Alter. Dann können wir auch vielleicht ein paar Sachen da ablegen. Schnell, schnell, schnell. Hier kann er eigentlich gar nicht hinkommen, oder? Keine Ahnung, Alter. Nicht, dass das auf einmal von da kommt, ey. Boah, Digga, Alter. Der Vater, der Vater lebt auch noch, Alter. Schnell hier rein, Mann. Da sind wir, glaube ich, sicher. Jawohl. Jetzt müsste die Musik wieder kommen. Ja, Mann. Also ich glaube immer, wenn diese Musik kommt, dann wissen wir, wir sind in einem Raum, wo uns nichts passieren kann, oder? Ja, Mann, Alter. Ich komme ein bisschen vor über Prison Break. Guck mal, da unten haben wir doch so eine Figur. Die haben wir letztes Mal gar nicht gesehen. Vielleicht gibt es dann bald ein Trophäe wieder. Wir speichern hier auf jeden Fall, Alter. Ich mache auf jeden Fall mal eine neue Speicherdatei, Leute. Weil nicht, dass aus irgendeinem Grund was passiert und meine Speicherdatei weg sein sollte. Das habe ich total vergessen. Und nicht von neu starten muss aus irgendeinem Grund. Sicher ist sicher. Sollte speichern wir mal. Jetzt können wir vielleicht ein paar Sachen in der Kiste hier ablegen. Die wir nicht gebrauchen könnten. Was brauchen wir denn nicht hier? Den Videoausschnitt, den brauchen wir nicht. Alle bewegen, Objekte kombinieren. So, das brauchen wir zum Beispiel nicht. Kraut. Jetzt geht mein Controller aus. Kann doch nicht wahr sein, Mann. Bleibt mal kurz dran, Leute. Bleibt mal kurz dran. Ich brauche jetzt mein scheiß Kabel. Wo ist das, Mann? So, Leute, da bin ich wieder. Ey, war klar, dass mein Controller wieder ausgeht. So, was können wir davon noch absetzen? Diese Münzen, keine Ahnung, wofür wir die gebrauchen. Deshalb lassen wir die lieber hier. Pistolenmunition, Flintenmunition können wir alles, glaube ich, mitnehmen. Wir haben noch einen Platz frei. Und wir brauchen ja noch diesen dritten Hundekopf. Deshalb ist das ein bisschen unsicher. Ich würde sagen, wir tun erst mal hier. Versuchen, was zu kombinieren. Aber wir können nicht kombinieren, weil wir dieses eine Chemikale da nicht haben. Also ich würde sagen, dann tun wir erst mal. Ey, was können wir weg tun? Wir lassen einfach diesen einen Platz hier, ey. Wir lassen es einfach so, wie es ist, Leute. Und machen jetzt hier weiter, Mann. Wir müssen auf jeden Fall jetzt in diesen einen Raum da rein, der sich geöffnet hat. Vielleicht wird sich ja dort der dritte Hundekopf befinden. Nur die Frage ist, was machen wir denn diese scheiß Hundeköpfe? Und jetzt geht es weiter. Oh mein Gott. Nein, Mann, ich stehe nicht auf Schweinefleisch. Ist nicht Herr Lall, Bruder. Ah, wo kommt der denn auf einmal her? Du kleiner Bastard. Du verschwendest deine Zeit. Ah, geh mal weg, Alter. Jetzt zieh ich den mal richtig ab. Hä, wie gefällt dir das, hä? Gefällt dir das? Gefällt dir das? Dumm, 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 dumm. gleich passiert was, gleich passiert was. Diese engen Räume, das ist nie gut. Nie gut. Okay, hier kann er auf jeden Fall nicht durchkommen, der Vater. Bah, guck mal, diese Grütze, Alter. Ekelhaft. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Hey, Leute, Alter, Mann. Ey, man muss hier die ganze Zeit so spielen, als ob man wirklich... Hey, in jedem Moment was passieren würde. Alter, wer ist das denn hier? Da kriegt man ja Angst. Okay, weil wir müssen uns einfach denken, das ist auch so ein Raum, wo wir sicher sind. Jägermeister, es geht. Ich stehe vor, jetzt greift er mich auf einmal an, ich würde durchdrehen, Alter. Ich traue diesem Spiel alles zu. Oh, lecker Kraut haben wir wieder, Krautsalat. Lecker, lecker. Pistolenmunition. Ah, Kühlschrank ist wieder da. Da stand auch gerade irgendwas drauf auf dem Kühlschrank. Flüssige Chemikalie, die können wir wieder kombinieren. Jawohl, haben wir schon mal wieder vier. Hier war auch noch was drauf, glaube ich. Auf dem Kühlschrank drauf müsste das sein, oder? Da habe ich da irgendwas gerade von einem Brief gesehen. Das ist mich verarschen. Nee, da habe ich mich vertan. Auf jeden Fall, hier ist wieder ein Raum mit einem Adler. Was ist da drin? Nicht, dass da der Kopf drin ist. Was ist denn? Der Feltelitzer. Der Feltelitzer 3000. Ich glaube, oben war ja dieser... Boah, was ist das denn für ein Ding da, Alter? Alter! Was ist das für eine Waffe? Ey, langsam kommt mir das Spiel vor irgendwie wie Saw, Leute. Bin ich ganz ehrlich. Als ob man wirklich hier so überleben muss. So kommt es mir vor hier, Alter. Jigsaw spielt seine Spielschirme mit seiner Familie hier. Und wir müssen... Was ist das denn? Finden Sie Objekte mit dem Pso-Ton... Pso-Tonicum. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall wurde hier auch geraucht. Da haben wir auch noch was liegen. Na, kann hier nicht liegen, Leute, oder? Müsste eigentlich alles gewesen sein. Ein paar Müllsäcke hier. Würde ich sagen, gehen wir mal weiter, oder? Okay, wir kamen von dort. Hier ist nichts mehr. Da haben wir auf jeden Fall einen Raum. Da haben wir eine Toilette. Liegt ja vielleicht wieder eine Münze drin, wie gerade oben, ne? Okay. Auf die Scheiße! Auf die Scheiße! Auf die Scheiße! Kann man die Türen wieder zumachen, ey? Okay, hier haben wir nichts. Was sieht das denn aus wie so ein Besen, Alter? Boah, Stirnacken-Kommando! Stirnacken, Stirnacken. Aber wir haben keinen Platz mehr für weitere Objekte, Alter. Das ist natürlich nicht so gut. Da haben wir ein Briefchen an der Wand. Gucken wir uns das mal an. Was steht da drauf? 14. Juni. Mann und Ehefrau im Urlaub. Der Mann war ein Erfolg. Er ist der 12. Leider war die Frau nichts. Also werden wir sie beseitigen. 7. Juli. Drei College-Studentinnen sind alle vergammelt. Lukas ist ein verdammter Idiot. 13. Also Lukas ist doch, glaube ich, der sich dieser Familie angehört hat, oder? Der uns am Anfang, wo wir da am Estich saßen, der ganz linke, weiß ich nicht mehr genau. Obdachloser Mann. In drei Tagen gewandelt. Erster 13. Mal umdrehen. Vielleicht haben wir hier noch was. Alter. Oh mein Gott. Das ist, glaube ich, ein Foto, Alter. Guckt euch das an. Oh Mann, Alter. Was ist das denn? Wohnen hier Kinder? Mia? Mia ist doch unsere Frau, oder nicht? Stell dir vor, ey, dieser scheiß Jägermeister macht mir doch voll Schiss, ne? Guck mal, geht hier rum wie James Bond. Guck mal, die Pose sieht cool aus. Was haben die mit ihren Stirn-Nacken-Kommandos da? Da haben wir nichts drin. Da ist noch eine weitere Tür. Die sieht ja sehr, sehr gut aus, diese Türe. Was haben wir hier? Das könnten Aldi-Opfer sein. Aldi. Das könnten Aldi-Opfer sein. Von Aldi, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Ein Tablett war hier früher in einem Restaurant, oder was? Antike Münze haben wir hier wieder am Start. Leute, ich würde am liebsten jetzt aufhören. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon am Spielen bin gerade, ey. Also heute, wie gesagt, werde ich nicht länger als 20 Minuten machen. Die letzte Folge ging eine halbe Stunde. Und das ist das letzte Video, wie gesagt, was ich vorproduzieren muss. Hier haben wir noch so eine Kiste. Letztes Mal weiß ich noch, die musste man drehen. Dann konnte man die irgendwo öffnen. Bah! Alles klar, die kleben da dran. Ah, ich schwöre es dir, er wird mir richtig schlecht bei sowas. Ich schwöre es dir, mir wird echt schlecht. Boah, da kriege ich gleich Gänsehaut bei sowas, ne? Ohne Spaß. Oh mein Gott. Was ist das denn hier, ey? Oh, das sind... Hört mal. Ich höre irgendwelche Geräusche hier. Er sieht aus wie Venom von Spider-Man, Alter. Spider-Man ist hier. Wir müssen einfach denken, Spider-Man ist hier. Da sind schöne Mikrowellen. Ne, Fernseher ist das. Ah! Was ist das denn, Alter? Was ist das denn? Oh. Mein Gott, hab ich einen Schatten gesehen! Hilfe! Schnell, Mann! Renn! Renn! Da geh ich nicht rein. Da geh ich lieber zurück und speichere ab, Alter. Bruder, was war das denn? Das sah wirklich aus wie Venom. Ja, und jetzt kommt noch der andere Bastard. Wir müssen da lang, Alter. Wir müssen da lang. Scheiße, jetzt wird er uns erschrecken, Alter. Nein. Ey, was war das bitte? Was war das? Ey, Gott, Alter. Ich würde mir... Ich würde, glaube ich selbst... Ich schwöre es dir. Ich würde Selbstmord machen, ne? Ich würde nicht kämpfen, hier rauszukommen. Ich würde Selbstmord machen. Ey, wisst ihr noch gerade... Habt ihr diesen Schatten gesehen? Ich schwöre es euch. Bitte, bitte, lass mich in Ruhe, Alter. Bitte, bitte, bitte. Und einfach aufhören geht nicht, weil... Ich hab nicht gespeichert. Die Tür ist noch offen. Nicht, dass der mich jetzt hinter der Tür... Erschrecken will. Ey, das ist zu krank gerade. Oh mein Gott, der Schatten, Alter! Hallo! Hallo! Schnell rein da. Schnell, schnell, schnell! Ah! Hilfe! Wo sind wir hier? Oh! Digga, dieses Monster, Alter. Hat mir so Angst gemacht. Skorpion, hier geht es nicht weiter, Mann, Alter. Ich dreh durch hier. Klar, Alter. Was ist das für ein Keller wieder hier, ey? Runter oder links? Ich würde sagen, erst mal links, Alter. Erst mal links, links. Leg mal die Tür auf! Oh, ey. Nein, Güte, ey. So, Munition. Hört mal die Musik? Nein. Nein! Wir haben einen verdammten, sicheren Raum gefunden hier. Oh mein Gott. Wie perfekt das einfach kommt, Alter. London, ich komme, Baby. Hier, guck mal noch ein bisschen, was hier so drin ist. Schauen wir uns das alles nochmal so schön an hier. Liebe Courtney, die Arschlöchner suchen nach mir, aber vielleicht gibt mit dir das Gelegenheit eine Flucht, Gelegenheit zur Flucht. Um rauszukommen, musst du die Reliefs finden, die wie Hundeköpfe aussehen. Ja, davon haben wir ja zwei. Ich habe einen der Köpfe im Zerlegungsraum im Keller gesehen. Nein, finde den, er ist der Schlüssel hier raus. Und das mit dem Keller ist bestimmt dieser Keller, der jetzt hier direkt links runter führt. 100%. Ja. Boah, Leute, Alter, bin ich gerade froh, Alter. Meine Güte. Was können wir hier ablegen, was wir nicht gebrauchen könnten? Eigentlich brauchen wir alles, aber wir brauchen noch einen Platz. Flintenmunition. Wir haben ja noch keine Schrotflinte. Deshalb würde ich sagen, tun wir das erstmal weg. Und haben diesen einen Platz hier noch offen, würde ich sagen. Chemikalien verbinden können wir auch nicht mehr. Und ja, Freunde, da würde ich sagen, speichern wir hier perfekt an dieser Stelle ab und suchen beim nächsten Mal, wenn ich wieder aus London da bin, den dritten Hundekopf. Verdammte Scheiße, ey. Also heute wieder ein echt richtig krankes Let's Play, Leute. Muss man einfach zugeben, ey. Unnormal heftig, Mann. Vor allem diese Monster, ey. Oh Gott, Alter. Damit hat mir wieder das Spiel gezeigt. Es gibt nur nicht diese Familie hier. Es gibt auch diese Monster hier. Und ja, damit werden wir uns beim nächsten Mal beschäftigen, Alter. Ich will wieder die 10.000 Likes sehen hier. Und genau am Mittwoch, wenn ich wiederkomme, wird es weitergehen mit der nächsten Folge, ey. Fuck, Alter. Fuck, ey. Ja, Freunde, ich bin raus, Mann. Jetzt geht es ab nach London. Schöne Videos noch schneiden und dann bin ich raus, Alter. Macht's gut. Haut rein und ciao. Oh Gott, bin ich gerade glücklich. Der glücklichste Mensch der Welt, ey.